Weißt du, mit wem der Klaus dahinten zusammensitzt? Nee, keine Ahnung. Grüß euch, ich bin Holger von der Saichen Academy, euer Trainer für die Tour TransAlf und heute starten wir mit einem FTP-Test. Der FTP-Test dient dazu, die individuelle anaerobische Schwelle zu ermitteln. Anhand dieser kann ich für Christopher und Björn die Trainingspläne erstellen. Für unseren Test nutzen wir einmal die TAX Neo, den Smart Trainer, und das Power Meter von Stages. Wir nutzen dabei die Apps TrainerRoute und Swift. Der Test dauert 20 Minuten und beinhaltet vorab eine 30-minütige Aufwärmphase. Der FTP-Test ist beendet, klasse Leistung, 300 Watt. Jetzt folgt die Coo-Down-Phase über 10 Minuten. Bei dir auch vom Ergebnis, 272 Watt, auch die Coo-Down-Phase. Und ich freue mich gleich auf unser Gespräch. Ja, war ein schönes Ding. Anstrengender als erwartet. So 15 Minuten Aufwärmphase und dann direkt in die Vollen. Ist schon eine harte Nummer. Beim nächsten Mal weiß ich, wie man es noch ein bisschen runder angehen kann. Thema Trittfrequenz vielleicht noch mal erhöhen. Bei hinten raus ist es dann doch schon hart, das so durchzuhalten. Ist gut gelaufen, super gelaufen. Ich habe einen neuen Referenzwert. Ich habe jetzt 301 Watt, hat er mir berechnet, für meinen FTP-Wert. Da bin ich super happy mit. Ich habe mich nochmal gesteigert. Man muss sich immer gut konzentrieren bei der ganzen Geschichte. Und man vergisst auch immer ganz schnell, wie schwer das Ganze eigentlich war. Aber ich bin sehr happy. Björn, Christopher, Bomben-Ergebnis. Ich würde sagen, ich kann euch jetzt die Trainingspläne erstellen. Und dann sehen wir uns beim Training. Das war's für dich Björn. Riesenspaß. Sehr geil.